Ich will hier oben rein. Du willst oben rein klettern? Ja. Also, sie hat hier den Bus die ganze Zeit durch geschlafen. Ja, das war schön. Hey, am Flughafen. Sie staunt. Da steigen wir ein. Ach, wie schnell eins. Und? Na dann, hopp. Und? Auf eins stellen, auf eins. Ja. Gut, Marsi. Aufpassen, gleich musst du einen großen Schritt machen, ne? Wenn du oben bist. Ja, komm. Ja, das war unser Flugzeug. Wir sind da angekommen. Hey, Namibia. Hey. Cool. Meine erste Gewaltfahrt. Ich finde es ein bisschen unheimlich. Aber schon krass, Namibia ist so schön. Es ist richtig schön. Ich hatte echt schon viel gesehen. Affen am Straßenrand und Springböcke und noch irgendein Tier, dass ich nicht weiß, was es war. Aber ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Genau. Es ist auch nur ein cooles Auto. Ich weiß auch nicht, ob ich hier schon eigentlich höher stellen muss. Könnte ich machen. Wunderschön, oder? Traumhafter Sonnenuntergang. In einer Spitzkoppe. Spitzkoppe Community Campsite. Also echt schön. Hier habe ich es aufgebaut, das Zelt. Cora ist eben auf der Gravel Road eingeflafen. Die muss ich jetzt noch gleich hochtragen. Vielleicht nochmal kurz pinkeln und dann hoch. Hier ist nur noch ein anderes Auto. Es gibt auch zwei deutsche Mädels. Sonst keiner. Der Mond scheint. Es ist echt ein Traum. Namibia. Erster Abend hier. Heute Morgen erst angekommen. Leider mussten wir fünf Stunden aufs Auto warten. Dann sehen wir erst, ob die Leute, die auch zum Auto vermitteln mussten. Das war ein bisschen... Naja. Aber sonst... Hat alles super geklappt. Fahrt hier her. Perfekt. Ich meine, es ist toll. Schön, oder? Donnerstag. Schöner Sonnenaufgang. Donnerstag. 18. Also heute Donnerstag, 18. Januar. Schöner Sonnenaufgang hier. Blick aus dem Dachzeug raus. Toll, toll. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob das Auto noch anspringt, weil ich irgendwas nicht ausbekommen habe. Ja. Wie? Das Radio... Screen-Off ging auch nicht und... Naja. Ich gleich mal gucken. Jetzt muss mir jemand an der Brücken gehen, aber hier ist nur eine. Schauen wir mal. Wunderschön hier. Blick. Auf. Da schlafen wir. Und... Ja, ich muss noch zurück. Nachher wache ich ziehe doch gleich auf. Ich bin nur ganz kurz weg. Wunderschön hier. Spitzkupper. Namibia. Klärikt echt. Klärikt. Aber schön. Ein cooles Plumpsklo hat sie auch. Aber war ganz bequem. Immerhin nicht zu hoch. Wie bei uns zu Hause. Und... Sie schläft immer noch. Na gut, netter Schlaf nachzuholen. Da war schon ein bisschen krass. Und wunderschön hier. Immer noch. Das erste, was ich heute machen wollte und gesagt habe, ist Puzzeln. Ich hatte es auch schon auf dem Tisch gelegt. Ja. Ja, ist schön. Und hier am Baum zu trainieren. Daran hängt. Bisschen tief, der Baum. Aber er hält. Also da sind echt schöne Steine. Ne, das ist ein anderes Auto. Unser ist hinter den Felsen. Und... Wir sind hier schon hoch. Denn, wo willst du hin? Da. Da oben, ne? Da willst du hin. Ja. Den hohen Berg. Genau. Deswegen versuchen wir mal hier hoch zu kommen. Da ist das Camp. Da bin ich. Jetzt ist es warm. Wir sind schon ziemlich hoch. Ja. Und hier. Und hier. Und hier. Ja. Und hier. Da muss ich noch kommen. Ganz hoch gehen wir jetzt nicht, weil diese Stelle ist schon ein bisschen stolz vom Klettern mit Kraxe. Das lassen wir, das andere ging, aber hier müssen wir auf den Berg verzichten. Eine tolle Höhle da. Einmal hier Spitzkoppe. Wunderschöne Aussicht, wir sind doch nach oben gekommen. Hier hat Kora auch einen Steinmann gebaut. Der sieht toll aus. Grandiose Landschaft. So schön hier. Echt. Kann mich gar nicht satt sehen. Tolle Aussicht. Hallo. Hallo. Wo bist du? Da ist ein Erdmannschiff. Okay. Also hier runter ging. Da sind ein Erdmannschiff. Das ging ganz gut. Da sind ein Erdmannschiff. Ja. Ich muss jetzt sehen, was die Erdmannschiff sind. Ja. Genau. Jetzt sind wir gleich wieder unten. Hat gut geklappt. Und wir waren tatsächlich ganz oben, Wanne. Sehen wir noch mal. Ja, sehen wir noch, Maus. Wo ist die Brücke? Eine Brücke. Ja. Hier ist die Brücke. Mhm. Aber da will man die da laufen über die Brücke. Drüber? Ah, nee. Ich glaube, das ist mir zu steil, da hoch zu kommen. Darüber. Vielleicht kann man natürlich von der anderen Seite. Das weiß ich nicht. Wenn man über die Brücke kann. Aber man kann drunter her. Wir können immer mal drunter her, oder? Ja. Also hier ist es auch wieder total schön. Und wir sind jetzt auch auf dem richtigen Campingplatz. Und hier. Und hier her laufen. Wunderschön hier unter der Brücke. Ja, die ist... Traumhaft. Und hält noch. Ja. Okay. Ja, ein bisschen Wind. Deswegen... Also gar nicht ganz heiß. Schön hier. Traumhaft. Ja. Ja. Ich bin oben. Hier ist der Fels auseinandergebrochen. Da ist nochmal die Brücke. Jetzt sind wir hier oben. Schön. Schon wieder am klettern, meine Maus. Ja. Ja. Du durftest ja nur die kleine mitnehmen, ne? Die große musstest du zuhause lassen. Weil ich nicht so viel schleppen wollte. Hoch war einfacher. Und runter, ja. Ein bisschen schwieriger. Also ich wollte ganz hoch, aber das habe ich nicht erlaubt. Ja. Vorsichtig. Hier ist der Stachelbaum. Du musst hier lang. Ja. Ich könnte den versuchen wegzumachen. Hm. Kannst du den wegmachen? Ja, ich guck mal gleich. Mein Maus schon wieder am Klettern. Ja. Schöner Baum. Da ist unser Camp. Und... Den habe ich eben momentan hier gesehen oder sowas in der Art. Aber jetzt... Vorsicht, Stachelbaum. Alles okay? Ja. Und wieder runter. Stachelbaum runter, ja. Und wieder runter. Ja. Gut. Jetzt ist sie mir schon wieder da hoch geklettert. Hallo. Du bist aber hoch. Du bist aber hoch. Meine Güte. Ja, Maus, ich komme. Puh, da kommen wir her, da ist unser Auto und sie wollte unbedingt hier ganz hoch. Hier ist ein echt schöner Baum und da ist noch ein Kaktus, das sieht echt schön aus hier. Ich komme gleich. Da ist ein Kaktus. Wunderschön hier, wunderschön. Ein großer Stein ist das, ja? Ja, der sieht ja echt besonders aus, der großer Stein. Cool. Klasse, da ist die Spitzkörper. Ach, das ist schön hier. So ein Traum von Gestein. Schön. Kommst du noch hoch? Geniale Aussicht hier. Ja, das macht schön. Und diese Weite hier. Ja, cool. Ja, echt schön hier. Spitzkörper. Wirklich auch so leer. Komm mal ein anderer. Da kann man nicht hoch. Wir sind jetzt ganz oben. Wir sind ganz oben. Okay? Du hast es geschafft. Ganz alleine. Hey. Ich bin ganz oben. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Kommst du dran an den großen Stein? Kommst du dran an den großen Stein? Kommst du dran? Kommst du dran? Kuckuck. Das ist von Baum zu Baum. Das haben sie mal hier gemacht. Eine Kletterin auf jeden Fall. Und es ist schön hier. Wir haben es wieder runter geschafft. Wir waren da echt ganz oben. Wir waren da echt ganz da bei einem Stein. Kann man wieder runter? Ja, ich helfe dir besser runter. Kann man wieder runter machen? Ja, und hopp. Schon wieder hoch. Noch nicht genug. Wir waren da schon ganz oben. Es ist echt alles alleine. Ganz paar Sachen mit Hilfe. Schön krass. Und? Schmecken die Nudeln? Ja, schmecken. Schmecken die Nudeln? Ja, schmecken. Schmecken? Ja. Schmecken die Nudeln? Ja. Schmecken die Nudeln? Ja. Ja, Mama. Bei der besten Pate. Dann fann ich's nach Hause. Ja. Ja. Genau. Vorsichtig, da können Tiere drin wohnen. Sie versteckt die Tiere den ganzen Abend. Und jetzt muss ich mir auch noch erklären, dass man aufpassen muss mit den Löchern. Eine Biene war hier. Eine Biene, das stimmt. Eine Biene war auch hier. Und die Sonne, also das ist wirklich trauerhaft. Halbmond. Abnehmender. Zuhause ist zunehmender. Und schön. So, schön. Die Sonne ist so schnell untergegangen. Haben wir gerade verpasst. Weil wir gelesen haben. Aber jetzt muss sie gleich ins Bett. Aber wunderschön. Wunderschön immer noch. Ah, echt. Ist man echt glücklich hier. Schön. Wie schläft. Und das ist echt. Superschöne Farbe. Trauerhaft. So schön. Wundervoll. Am 18. Januar. Da denke ich dran. Schon den ganzen Tag. Am Morgen. 19. Januar. Hey. Vögel weg. Oh je. Da muss man echt aufpassen. Tschü, kusch, kusch. Kusch, kusch. Okay. Ai, ai, ai. Und die klettert hier. Wie klar. Aber ich möchte noch erst essen. Genau. Wir haben hier geschlafen. Schön. Die Sonne geht auf. Toll aus. Also. Schön. Wir sind schon ein bisschen am Wandern. Wir waren da. Bis kurz vor den Felsen da. Steinen. So. Jetzt fangen wir aber bald weiter zur Küste. Also hier ist ein kleines Erdmännchen. Oder. Na ja. Ein Murmeltier. Oder so ein Erdhörnchen. Vielleicht. Gucken. Am links. Das sieht man mit dem. Come on. Da ist es. Oh, wie süß. Ah. Jetzt kommt das Männchen. Oh, ist es groß. Ah. Das ist ein Erdmännchen, oder? Ja. Ah. Das ist ja toll. Oh je. Das kommt ja sogar. Oh. Ne. Wir haben nichts zu fressen. Oh, du bist aber süß. Kommst du so nah zu uns hin. Das ist ja erstaunlich. Was ist denn das für ein Tier? Das ist aber kein richtiges Erdmännchen. Erdmännchen ist es. Erdmännchen, meinst du? Haben die so einen langen Schwanz? Oh, es ist toll. Erdmännchen. Ja? Erdmännchen, meinst du? Gucken mal. Wo geht das hin? Wo geht das hin? Das macht Männchen. Das macht Männchen. Oh, es ist toll. Jetzt ist es hier. Ich bin nicht so ängstlich. Ui. Das ist mir nicht so ängstlich. Jetzt hat es Angst. Du hast mich eingreiftet. Ja, Männchen. Hey. Du bist ja süß. Du bist ja süß. Also, wir laufen gerade ganz viele Ziegen über die Straße. Schön. Und da hinten haben wir echt gebettelt. Und da kommen wir her. Ich kann mich bei jedem anhalten, aber es macht mir echt Neid. In dem Wasser betteln und da auch noch so schöne Sachen verkaufen. Eieiei. Es ist nicht so einfach, da weiter zu fahren. Jetzt können wir weiter. Wir wohnen ganz einfach. Bitte. Jetzt kommt die Ahnung hier. Die Seite gibt es Raum. Sehen wir gerade.